Ich bin Lina, ich bin Personaltrainerin und bin der Freiwillige Feuerwehr. Alarm! Alarm! Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Also zieh und euch wärme an, weil mit mir wird's heil. Zeppelot konnte den Schweizer TV-Herbst kaum erwarten. Und nun ist's endlich soweit. Die neue Bachelor-Staffel ist da. Ich bin Fabrizio und ich bin der neue Bachelor. Da schaue mal, was hinten vorne kommt. Ich bin echt ein Rebell. Das glauben wir ihm sofort. Ich stehe auf jeden Fall auf Abenteuer. Wie er das wohl meint? Der Pirat in mir ist offen. Das ist mega cool, das hätten wir auch nicht erwartet eigentlich so. Ach ja, noch etwas ist uns in der ersten Folge aufgefallen. Der Pirat hat ein Wort, das ihm besonders gefällt. Wow, 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 wow. Er ist wirklich wow, 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 mega, mega schöne Frau. Dankeschön, danke, kann ich dir nur zurückgeben. Oh no, oh no, mega, mega, mega schöne Frau. Kann ich dir nur zurückgeben. Oh no, 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 no. Ein wahrlich zauberhaftes Lächeln. Aber auch sonst hat Adita eine sehr, ähm, sagen wir mal, gewinnende Art. Alter, was für schöne blaue Augen hat sie, sorry. Ein bisschen Bauchschmetterling-Gefühl ist schon im Bauch. Kannst du dich auch so gut im Bett bewegen? So eine kleine Familie gründet, so klein und so kleine, mini Artitas oder, keine Ahnung, Bachelors. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Währenddessen auf dem Vorstellungsteppich. Wow, 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 wow. Einfach nur wow. Wow, 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 wow. Die Sprachbegabte darf auch in dieser Staffel nicht fehlen. Ich bin eine geheimnisvolle Frau und wenn ich mich verliebe, dann verliere ich mich komplett in die Person. Wie bitte? Dann verliere ich mich komplett in die Person. Und noch ein paar Sprachperlen. Südländisch ist auch etwas Geschmackhaftes eigentlich, Geschmackhaftes eigentlich, Erlebnisvoll. Ich verträume mich. Au, das tut weh. Diese Brasilianerin bringt die nötige Würze in die 3plus Liebessuppe. Weil ich liebe irgendwie alle und ich hoffe, dass auch alle mich lieben. Wenn der Brasilian auf mich nicht so steht, kann ich auch ein bisschen ausprobieren mit der anderen Kandidaterin. Ja, da darf man ja gespannt sein. Apropos spannend. Ich bin facetterich, positiv und immer für eine Überraschung zu sein. Weil es so heiss war, gleich nochmal. Immer für eine Überraschung zu sein. Geile Scheisse. Ich finde der Shit kommt wirklich gut. Die Rose für den schönsten Dialekt erhält Rosa. Ich habe eine Rose. Ich habe eine Rose. Rose. Einfach langsam, Mutter. So schön. Adita hat die erste Runde auch überlebt. Ich habe die Rose. Rose. Eine Runde weiter. Mal schauen, was kommt. Meine Stimme ist weg. Danke Gott. Okay, das wäre es mal mit dem ersten Best-Of gewesen. Und? Eigentlich ist Schluss, aber ich sage niemals nein. Wauw. 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 Einfach nur wauw. Wauw effect. Wauw. 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 Wauw.